Hey Jungs, habt ihr ein niedliches blondes Mädchen gesehen? Ja, sie hat gerade einen Typen total geschafft. Wenn sie was von ihr wollen, fragen sie ihren Manager. Das ist der Lackaffe da drüben. Oh, hallo Al. Mann, du solltest deine Tochter sehen. Sag gute Nacht, Supermann. Hallo Daddy, was ist denn? Bleib zurück, Dumpfbacke. Er wird gleich ausspucken und ich will nicht, dass dir seine Zähne um die Ohren fliegen. Aber Daddy, es ist nicht Mr. Darceys Schuld. Es war meine Idee, das mit dem Pool. Aber Schatz, warum hast du mir nicht gesagt, was du hier tust? Weil du gesagt hast, du willst nicht, dass ich in solchen Läden herumhänge. Ja, da kommt noch mal, damals bist du fünf gewesen. Tja, Jefferson, ich muss mich wohl bei dir entschuldigen. Komm, ich helfe dir wieder auf. So, jetzt geht's wieder. Gut so. Du nimmst mir das nicht übel, ja? Wir sind Freunde, ja. Also, komm Schatz, das ist hier nichts für dich. Ich würde sagen, wir gehen in eine Bar, kaufen Dad ein Bier und ein Nacktmagazin und nichts wie Heim. Oh! Das ist hier nichts für dich.